Das war... Alter! Komm, schau, kurz vor der... kurz vor der 50.000, weißt du? Na, egal. Hier haben wir auf jeden Fall ein neues Rennen noch. Verkehrspolizei. Nein! Ich mag dieses Rennen nicht. Das wird so epic kacke werden. Und das werde ich nicht auf Gold schaffen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Auch wenn ich jetzt die ersten paar jetzt pur Gold gemacht habe. Ähm. Nee. So. Ja, komm. Oh Gott, oh Gott. 8,4 Kilometer. Oh, Chili Bank. Boah, das wollen wir mal. Nein, da werde ich nicht durchfahren. Wobei. Die wäre ja nicht mal so schlimm gewesen. Puh. Siehste? Okay. Ach, das ist die große Kurve da drüben. Okay. Oh. Der war mies. Einen Vorteil hat's ja. Wenn ich die eine Kollision gerade hinter mir habe, dann zählt dann nicht die zweite, die ich kurz danach mache, mit. Oh. So, 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 so. Und jetzt voll rausbeschleunigen. Und vor allem, du hast keine Vitro-Vermesserung. Du hast gar nichts. Okay, da hätte ich jetzt langfahren können, aber nee. Ja, genau. Richtig. Komm schon. Schau. Oh, hoffe ich. Wow. Okay, war klar. War vorauszusehen, dass ich das... Nein. Nicht so gut. Deswegen habe ich das auch nie geschafft, wegen dieser scheiß Kurven... Ja, wegen dieser scheiß Kurven-Kombination hier nicht. Ja, war so klar. Ja. Ja. Ah, diese Kurven-Kombination. Ich mag sie nicht. Diese Kurven-Kombination, ne? Na ja, immerhin eine Belohnung. Dodge, Porsche? Ja, Mann. Wir haben den neuen Elft-Tager S. Tager 4 S. Entschuldigung. Völlig neu. Dennoch ganz der Alte. Ja, ist klar. So. Äh, wie jetzt? Ach so. Deswegen. So, hier ist auf jeden Fall neu. Yay! Die nächste Mission wurde dein Interceptor-Fahrzeug mit einem Abwurf-Mechanismus für Nagelbänder ausgerüstet. Aktivierst du diese Waffe, wird am Heck deines Wagens ein Nagelband abgeworfen. Das kann man aber nicht überspringen. Schade. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern mitführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause nötig. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Einsatzleitung Ende. Einsatzleitung Ende, Alter. Die spricht so schnell, weißt du? Das ist... Äh, warte. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Na, da wollen wir mal. Komm schon. Na? Und? Ja? Bitte? Danke? Ja, Subaru gegen Subaru. Da wird sich ja mal zeigen, wer besser ist. Gut, dass ich den Subaru genommen habe. Die Verfolgung hat die Straße verlassen und bewegt sich in Richtung Bautunnel. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Nein, der war kacke. Ja, ich... Oh Gott, ich habe gerade FPS Einstürze. Dafür bin ich viel schneller da rausgekommen als die beiden. Mein Wagen ist beschädigt. Ah, komm. Und, 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 und. Verdächtiger ist unterwegs auf dem Soundface Trail. Yes! Ja, ich bin gerade ruhig. Alle Einheiten. Freigabe für 1076er Teil. Ich wiederhole. Freigabe für Nagelbänder. Over. Oh, komm schon. Ich hab nur zwei Minuten Zeit dafür. Für den Scheiß. Komm schon. Ja, komm. Was? Wow. Die Straße verlassen. Fähr zum Felsplateau. Ja, ich... Nein! Oh, das wäre es gewesen. Dann hätte ich das geschafft. Ach, komm an. Ach, Manno. Okay. Wenn du da lang fährst, fahre ich da lang. Ja, komm. Bäh! Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole. Nagelbänder sind genehmigt. Over. Na bitte, geht doch. Meine Güte. Warum nicht gleich so? Das ist unglaublich. Wir haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Leider nur Silber. Aber egal. Immerhin. Besser als nix. Nix, 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 nix. So. Zwei neue Belohnungen. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen neuen Wagen. Du wurdest verdör... Äh, verdörbert. Nee, befördert. Kadettenstufe drei oder so. Nö, Officer. Yes, ich bin Officer. Und ich habe ein neues Auto. Welches ist es diesmal? Uuuuuh. Den wäre ich lieb zu fahren. Der Maserati Gran Turismo S. Elegant und zugleich sportlich. So. Ähm. Ja. Hot Pursuit. Ja. Das klatschen wir noch hinterher. Haben wir überhaupt die Zeit dafür noch? Ach klar. Locker. Haben wir überhaupt Waffen? Ja. Drei Nagelbänder und drei Straßen sperren. War ja klar. Hey. Na gut. So. Dann wollen wir doch mal sehen, wie ich dieses Rennen hier schaffe. Vier Verhaftungen. Das bedeutet vier Fahrer. Na komm. Überspring das Ganze. Oh. Wow. FPS Einsturz kurz gehabt. Oh. Dann wollen wir doch mal. Nein. Aua. So. Roger. 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Hä. Vor allem. Kurz vor der Kurve. So. Das wäre nur mal eins. Straßensperre Medizin 50. Alle Vorräten. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole. Nagelbänder sind genehmigt. Over. So. Hinten wir das. Irgendjemand ist da auf jeden Fall reingeknattert. Das weiß ich. Wenn ich sogar gleich... Alle. Alle. Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. Straßensperreneinheiten vor Ort. Wenn ihr euch nur sie braucht. Zack. Yes. So. Dich erwische ich jetzt. Zack. So. Das wäre der erste. Somit wäre der erste auch schon mal platt. So. So. Yes. Der ist so blöd und knallert da auch noch rein. Hubs, heller. Oh, hi. Atte Kontakt. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. Fahrer in 57. Straßensperre vermittelt. Alle Einheiten zugreifen. Ah, ich habe keine EMPs. Das wäre gerade extrem. Wow. WTF. Das wäre gerade extrem hilfreich. Oh, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich habe nur noch ein Nagelband. Und das. Oh, und, 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 und. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Komm. So, geht doch. Sauber. Habe ich ihn jetzt doch endlich erwischt. Sehr schön. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber hey, egal. Scheiß drauf. So. So. Eine neue Belohnung. Okay. Huuu! Video! Hauptsache! Yes! Highway Streife ist verfügbar! Hurra! So, dann wollen wir doch mal auf die Highway Streife übergreifen. Yes! Neue Ausrüstung. Wahrscheinlich EMP, wa? Ja. Wie ich das immer toll finde, dass man die Videos nicht überspringen kann. Aber hey, egal. So, was haben wir denn da so Schönes? Uh, wir haben so viele SRT8. Ja, ja, ja. Ich bin zwar schon Porsche-Fan, ja. Aber da nehm ich mir doch lieben gerne den Targa. Da nehm ich mir von den beiden Porsche lieber den Targa. Oh Gott, oh Gott. Oh, das kann ja lustig werden. Fünf Verhaftungen? Ne, eine. Oh, cool. Finde ich gut. So habe ich ganz viel Zeit. Nein, Spaß. Ich habe gar nicht mal so viel Zeit. Ich habe zwei Minuten Zeit dafür gerade mal. Na, dann wollen wir mal. Komm schon. Lass mich fahren. Oh, BNW. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob ich mit dem überhaupt jetzt driften kann. Weil im Prinzip kannst du ja alles im Spiel da so nennen, dass das ein Drift ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich mit dem Du, mein Freund. Kontakt. WTF? Das ist nicht dein Herz. Oh. Satellitenverbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Sind auf Lichtkontakt angewiesen. Ja. An alle Einheiten. Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole. EMP freigegeben. Over. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die Info. Nein. Ich hätte gerade bleiben sollen. Na, egal. Na, komm schon. Warte, Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Na. Ja, geht doch. Zuck. Geht doch. Gut. Zuck. Oh, komm, 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 komm. Nein. Jetzt hätte ich in der Abkürzung fahren sollen. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war so kurz davor. Ich hätte nur paar Sekunden früher gebraucht können. Ich hätte nicht umdrehen sollen. Oh, ho, 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 ho. Der Dächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zum Fassel. Oh, ich hätte nicht umdrehen sollen. Ich hätte echt nicht umdrehen sollen. Oh, das war so doof. Das war einfach nur strotzen doof von mir. Ja, egal. Denial of service. Oh, Gott. Egal. Wir haben da noch einen Wagen freigeschaltet. Immerhin. Welchen haben wir? Die haben mich doch schon freigeschaltet. Ach, nee. Quatsch. Für die, für die, äh, hier. Für die Street-Pulis. Ja. Das finde ich schön. Gut. Was haben wir denn da noch? Das ist ein Schnelleinsatz. Ja, nö. Habe ich keine Lust drauf gerade. Und das ist Interceptor. Näh. Okay, egal. Beenden wir die Folge für hier. Und wir sehen uns dann in dem Sinne bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.